Jo, servus Leute, ich bin's mal wieder, der Marco und heute zum 19.10. bei German Top COD Shots. Heute mal wieder COD4 mit der Sniper. Und ja, erstmal hier ganz gediehen, so ein schöner Single und ja, dann einfach mal ein Triple. Äh, ja, das war dann mal ein coole Broadbeat, richtig gut und ja, ich bin raus, besuch uns auf Twitter und Facebook und ja, ciao Leute. German Top COD Shots Outro Outro Untertitelung des ZDF, 2020